Ob's losgeschickt haben. Sie sind fast da. Jetzt müssen Sie über die Brücke da oben. Wow. Geiler Headshot. Okay. Ja. Genug geteweckt. Na, da geht's. Schön, dass Sie noch am Leben sind. Ich war mir nicht sicher, ob Sie es schaffen. Das war ein echter Höllentrip. Hier. Dahinter waren wir her. Gute Arbeit. Aber sagen Sie, waren Sie jemals in... Wissen Sie, wie viel die Pläne für einen nuklearen Sprengkopf auf dem Schwarzmarkt wert sind? Auf jeden Fall deutlich mehr als die Regierung für unsere Rente. Und definitiv genug, damit ich meine Pläne ändere. Dieser kleiner Verräter. Sparen Sie sich die Beleidigung. Käpt'n, schaffen Sie ihn tiefer in den Wald und verpassen Sie ihm eine Kugel. Ich melde mich, sobald ich Ihren Anteil habe. Und was für eine geile Gesichtsanimation, wenn die reden. Und was für eine unerwartete Wendung. Und wir haben es geschafft mit 77,27% Genauigkeit. Agent Mike Rodriguez ist ein Verräter. Nachdem er Sergeant Wells die Daten gestohlen hat und geflohen ist, hat er es dem Feind überlassen, den Scharfschützen hinzurichten. Oha, hinzurichten. Achso, gut, ich werde vermutlich entkommen noch. Ja, war ja klar. Wer ist das? Wer ist das? Ich bin Statist, Nummer 27. Was macht die Baupläne eines nuklearen Sprengsatzes so wertvoll für Sie? Wir glauben, dass die Pläne auch Informationen über den Standort einer geheimen Uranmine enthalten. Waskes setzt unser Volk als Minenarbeiter ein. Wir müssen Sie befreien. Aber uns fehlt die Zeit für weitere Details. Jetzt müssen wir erstmal Ihren Freund zur Strecke bringen und ihm die Disc wieder abnehmen, bevor er sich aus dem Staub machen kann. Sie müssen unentdeckt in die Basis eindringen und ihn ausschalten. Wir behalten Sie im Auge und passen auf, dass Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben. Okay, legen wir los. Was für eine geile... Sie müssen unentdeckt durch das Lager kommen. Wenn Sie Alarm auslösen, haben wir keine Möglichkeit mehr, an Ihren Freund herzukommen. Was für eine geile Tonübersetzung. Das schon wieder ist... Das ist schrecklich. F5. Ich probiere nur einen Hatcher zu geben. Sehr schön. Wunderbar. Meinen Sie mit unentdeckt jetzt keine töten oder einfach nur... Oha. Ich brauche noch ein paar Minuten. mehr wo habe ich glaube das dürften sie gespannt haben um komm schon 60 m wunderbar wo 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 verdammt ja ich weiß natürlich so ist es auch schon was für ein schwachsinn das ist na gut dann müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen bisschen mehr konzentrieren sozusagen und vielleicht ein bisschen öfters zwischenspeichern und wissen du für ein spaß hallo was geht denn ich schies dem 350 mal ins bein was ist denn das schon wieder für eine verarsche ich glaube die wollen mich alle verarschen das kann nicht sein dass da keinen schuss getroffen hat das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen na gut dann probieren wir es halt diesmal nochmal ein bisschen anders das ist was llall meinen vorher waren wir sowieso gut dran So, dann machen wir diesmal so wie vorher. F5. Gut. Äh, ja genau. Was war denn das für ne Verarsche? Tschüss du Spast. Was geht denn? Ähm, ihr seht doch, dass der Greis auf der Person ist. Schaut mal, die gehen durch. Was für ein Schwachsinn das ist. Tschüss. Ähm, natürlich, natürlich, natürlich. Äh, schön langsam wird das Spiel echt abartig. Äh, was geht denn? Ich check's nicht. Ich schmeiß mit nem Wurfmesse gegen nen Truck. Äh, gut. Fick dich. Gut. Der ist hinüber. Jaaa, natürlich, wir sind gleich wieder dran. Jaaa, ficken, oder? Da. Da. Da noch einer dran ist. Hm. Da entweder stelle ich mich grad voll an. Oder die Mission ist tatsächlich mal ein bisschen schwerer. Zack. Zack. Oha. Ja, gut. Den hab ich halt übersehen. Natürlich. Ey, kann der, kann der nicht sterben? Ah, mit nem Hatcher schon. Ich find's ja immer so lustig, dass die anderen nie was checken. Ah. Ah. Gut. Hätten wir das auch schon mal. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Okay. Jetzt hab ich bloß, dass ich keinen gravierenden Fehler gemacht hab. Ach du Scheisse. Zack. Da oben ist keiner, oder? Nein. Okay, bis jetzt passt noch alles. nochmal zwischenspeichern. Ich weiß, ich speichere ziemlich oft zwischen. Da ist irgendwo einer. Okay. Scheisse. Hm. Lol, da steht ein Hubschrauber. Kann ich da rüber? Ich vermute mal nichts. Okay. Sonst sehe ich da im Moment keinen. Das heißt, wir speichern wieder zwischen. Und dann werden wir eh gleich wieder entdeckt werden. Genau. Weil da noch einer ist. Und genau, dann haben wir den jetzt auch schon mal. Wir sterben zwar hier extrem oft, aber dafür immer wenn wir halt gestorben sind, wissen wir wieder, wo der nächste Gegner ist. Und können ihn mit einem Headshot-Gediegen ausschotten. So. Wo ist denn da noch einer? Da-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-subscribe.